Musik Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ganz komischer Eisregen, echt eklige Voraussetzung. Die Überwindung rauszugehen bei dem Wetter momentan, es hat die ganze Nacht geregnet. Ich wette, es ist richtig schlammig. Musik 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 And nobody else For you And nobody else For you And nobody else For you And nobody else And nobody else From you And nobody else And nobody else From you And nobody else And nobody else For you And nobody else And nobody else Und da-da-da-da-da, da-da-da-da Was geht ab Leute, ich hoffe das kurze Video vom Zusammenschnitt hat euch gefallen Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf den Sommer freue Ich habe echt langsam die Faxendicke von Regen, schlechten Wetter, Matsch und so weiter Ich habe mich die ganze Zeit zusammengerissen, um einfach dran zu bleiben, zu trainieren, zu üben Aber so langsam freue ich mich echt mega krass auf den Frühling Und deswegen habe ich dieses kleine Video geschnitten einfach Und ich weiß, das ist jetzt nicht so ein krasser Mehrwert oder sonstiges Aber ich dachte mir so, ey, ich möchte einfach nochmal so schöne Momente der letzten Saison irgendwie zusammenpacken Und da sind halt ganz viele Touren dabei mit Marc und Steve und natürlich auch mit Thomas Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr 2022, Bikepark-Saison, noch viel mehr solche Momente erleben können Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid Also in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video Lasst gerne ein Abo da Bis dahin, macht's gut Bis dahin, macht's gut